Die Sauter GmbH, das ist Präzisionsdrehtechnik. Gefertigt individuell nach Kundenwunsch und mit ständig minimierten Toleranzen. Präzise und hochwertig für die Automobilindustrie und die Elektronikbranche, für Bauindustrie und Sportartikelhersteller. Fast überall, in nahezu jedem Auto, ist Sauter Technik drin. Sauter fertigt mit 160 Mitarbeitern rund um die Uhr mehr als eine halbe Million Drehteile. Täglich. Das Material ist hochwertig. Aluminium und Messing, Stahl und Edelstahl. Präzise gefertigt. Mit einem modernen Maschinenpark von CNC bis Meerspindel-Technologie. Mensch und Maschine als harmonisches Team zu sehen, so arbeitet Sauter. Und mit dem Anspruch, Präzision durch Perfektion und Qualität. Die lebt Sauter und ist dafür seit 1997 vielfach zertifiziert. Die Sauter GmbH ist ein Familienbetrieb in der dritten Generation und steht für besondere Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, motivierte, qualifizierte Mitarbeiter, Präzision und Qualität, Flexibilität und Termintreue. All das ist Sauter Präzisionsdrehtechnik. Seit 1942. Die Sauter GmbH. Präzision durch Perfektion.